Sie besorgt sich was zum Frühstücken. Höchste Zeit, dass ich mich auf den Mainz kümmere. Ich bin ja sowas von... ...atze dieser Bus hier selbst. Meine Wohnung ist ein einziger Müllhaus. Es wird sein... Wisst ihr, wofür es jetzt sein wird? Es wird sein für die Trüger-Bus. Ich kann nicht sehen, Ameisenbär. Kannst du nicht, Ameiser? Natürlich kann ich. Nein, kannst du nicht. Doch, kann ich wohl. Ich kann dich immer noch sehen. Kannst du nicht. Oh Mann, du bist ein Wachstum dabei. Ich bin kein Wachstum, du darfst nicht wieder hungrig. Muss ich wieder weg, denn du siehst doch. Ich hab dir den ganzen Kram und dir ist ganz schön schwer. Am besten, du bleibst genau dastehen. Ich werde besser. Dieser Trottel von Tiger. Ja, ich würde gern wissen, wie er sich auf dem großen, haarigen Gesicht und diesen letterlichen Streifen. Das soll sich doch mein Angelegenheiten raushalten. Hey, Ameisenbär. Herr Tiger. Herr Tiger. Sieht fast nicht mit meinem haarigen Gesicht und meinen letterlichen Streifen. Es ist doch so, Herr Tiger. Ich muss einräumen, dass Sie gern zockerlaut in einem Pijama aussehen. Aber Sie müssen sich etablich schämen. Jedes Tier würde lächerlich aussehen mit diesem haarigen Gesicht und diesen lecherlichen Streifen. Nun hat es sich aber so ergeben, dass meine Mama mir dieses haarige Gesicht gegeben hat. Und? Und meine Mama habe ich auch diese lecherlichen Streifen. Ja, dann sollten Sie vielleicht bitte auch noch mal reden. Ja, dann sollten Sie ja auch die Ameisenbärmung und die Ameisenbärmung und die Ameisenbärmung